Im Gazakrieg, Israel und die Palästinenser treffen sich fremd an ein Ort in Bernmünster. Zum Gedenken von den Opfern des Gazakrieges. Vor Ort für uns dabei ist Oli Verbonha. Wir kommen in einem Moment live aus Bernmünster, in der die Gebetsstadt hinten eröffnet wurde. Die Gedenke und die Ewigüterabend vom Pfarrer des Bernmünsters, Walter Wälder, hat davon gesprochen. Es gibt Krieg in Nahen Osten, schreckliche Bilder, die uns erreichen, die uns ohnmächtig machen, die uns aber auch ausrufen, das sind seine Worte gewesen, zusammenzustehen, alle Betroffenen und alle Beteiligten, die an die Opfer denken. Im Moment ist gerade der jüdische Rabbiner angeboten. Wir haben vor Ort gerade den muslimischen Imam gehört, der mit dem sehr eindrücklichen arabischen Gebets die besinnliche Stimmung, die hier herrscht in Bernmünster, unterstrichen. Wenn es so lange die Gebets in Gang sind, ist klar, wenn man da weiterführen will, organisiert wurde, ist die Kundgebung in Bernmünster innerhalb weniger Tage, weniger Stunden, fast, kann man sagen, aus einer tiefen Empfindung, aus der Halt, was die Opfer im Gazastreifen angeht. Und zwar organisiert wurde, ist das mit dem umtreibenden Eventmanager Sidney Weil, vor Jahren bekannt worden, von den Festivals Rock gegen Hass. Ich habe mich nicht damit begleitet, aber jetzt die Vorbereitung für die Kundgebung. Kerzen für den Frieden. Die Organisatoren der Kundgebung haben die Lichtchen von den Caritas geschenkt bekommen. Der Initiant dieser besonderen Kundgebung ist der jüdische Eventmanager Sidney Weil. Er will mit dieser besonderen Veranstaltung auf einen nachhaltigen Frieden herrschen. Nachdem ich gesehen habe, dass so viele einseitige Veranstaltungen stattfinden, wie unter anderem auch Samstag in Bern, möchte ich etwas leisten zur Ausgewogenheit der ganzen Sache. Und ich habe gefunden, diese Veranstaltung würde sich dazu eignen, in dem, dass ja alle Parteien anwesend sind. Mit dabei leben Pfarrer, Imam und Rabbiner sind auch Trommler, die für den Frieden Musik machen. Zum Beispiel Toni Majidalani aus Palästina, der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt. Sie wollen etwas für den Frieden tun? Ich hoffe ja sehr, dass solche Sachen und andere und andere Leute machen, bringt Leute, um zusammen zu sein und ein bisschen zu sprechen und eine andere Art. Und nicht auf den Anschiessen. Nicht auf den Anschiessen. Bleiben wir zu hoffen, dass die weisligen Töne aus Bern auch im Kalonadonder im Gazastreifen gehört werden. Die Gebete des jüdischen Rabinners in Bern Münster sind immer noch im Gang. Es sind hier vielleicht 200 Personen ins Münster gekommen, wir werden vielleicht ein kleines Führer, damit man die Reden gekannt, von der Gemeinschaft, von der Leute, die hier kamen sind. Es sind, wenn ich das richtig beurteilen kann, muslimische Leute, das hat viele aus der jüdischen Gemeinde, von der Stadt Bern, habe ich mich sagen lassen. Und es hat viele Vertreterinnen und Vertreter von der Parteien, von CVT, SP, CVT-Parteien, K.A.I., die z.B.A.I., die sich angemeldet haben, aber von Partei-Sekretariaten, Leute. Und natürlich einfach Leute aus der Berner Bevölkerung, die sich da eingefunden haben, zum Gewenken an der Krieg in Italo-Oste, wie es der Münsterpfarrer hier in Bern, der Walter Deter erwähnt hat. Im Moment wird während der Interview stattfinden, hier vor Ort, und dann wird das Brummkonzert von palästinensischen, jüdischen, israelischen und schweizerischen Künstlern stattfinden, ebenso Ort vor der Nacht. Die Gedenke-Kontgebung hier werden Münster 10 sein. Der Oliver Bono aus Bern.